Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 65 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 700 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Die Wohnung befindet sich von der Handmüle fertig. Räumen auf den Schwierigkeiten zu use und lebt ab. inquiet für die Wohnung.